hallo youtube und willkommen zu unserem monatlichen ausblick was ist im monat mai innerhalb von microsoft 365 zu erwarten was gibt die roadmap her beginnen wir zunächst einmal im bereich microsoft 365 und dort sieht jetzt die darstellung für die roadmap ein wenig anders aus alle diejenigen von euch die auf der roadmap unterwegs sind oben rechts haben wir den bereich dass wir jetzt zusätzlich zum eigentlichen rollout auch noch angezeigt bekommen wann diese neuerung in den pre-release geht so dass wir sie vorab schon mal testen können wichtig für den pre-release müsst ihr in einer entsprechenden gruppe sein es muss für euch freigeschaltet sein sonst könnt ihr das ganze nicht nutzen springen wir einmal weiter in den zweiten und letzten bereich für microsoft 365 und das ist die einführung einer neuen filterfunktion für die quarantäne die da heißt admin action links habt ihr die aktuellen filter möglichkeiten rechts kommt dann noch mal die neue filter möglichkeit dazu ist er etwas für die administratoren und damit kommen wir zu bing alle diejenigen die mit bing auch ihre dienstlichen informationen durchsuchen können haben ab sofort allerdings könnte der rollout auch noch in die nächsten drei monate fallen die möglichkeit videos sei es jetzt im eigentlichen stream oder stream und sharepoint diese videos können jetzt gefunden werden über die suche wenn es unternehmensdaten sind nette kleine neuerung für alle diejenigen die stream oder stream und sharepoint nutzen wunderbare neuerung dort können wir nicht nur schulungs videos finden sondern auch potenziell aufzeichnung von besprechungen macht das ganze natürlich auch wieder einfacher wenn wir eine bestimmte besprechungs aufzeichnung nutzen aber wie gesagt der rollout könnte ab heute noch bis zu drei monaten in der zukunft liegen ich hoffe ihr seid diejenigen die das möglichst früh nutzen können kommen wir einmal in dem bereich lists dort bekommen wir neue lists vorlagen mit denen auch genehmigungs workflows aufgebaut werden können vergleichbar mit den genehmigungen in microsoft teams das ganze kommt jetzt in den list bereich klingt sehr schön sehr interessant da wird es wahrscheinlich auch schon bei dem ein oder anderen sehr viele ideen geben das ganze in die umsetzung zu bringen schauen wir mal ob das ganze pünktlich diesen monat released wird wie das am anfang funktioniert und ich kann mir gut vorstellen dass da im laufe der nächsten wochen monate jahre noch deutlich mehr passieren kann wenn das system gut ankommt und damit kommen wir auch zur zweiten und kleinen anpassung in lists und das ist dass der filter für die microsoft lists listen ein wenig angepasst wird hier habt ihr ein screenshot wie das zukünftig ausschauen könnte und damit kommen wir zu einem neuling und das ist one note bislang ist es so wenn wir eingebettete dateien öffnen möchten die ein gefährlichen inhalt gewährliche erweiterung haben bekommen wir ein hinweisfeld klicken auf ok und das ganze kann trotzdem geöffnet werden zukünftig ist es so der administrator kann das blockieren so dass wir komplett nicht mehr die möglichkeit haben diese datei zu öffnen in der road map steht allerdings drinnen wenn wir die datei downloaden und das ganze dann von unserer festplatte starten soll die datei geöffnet werden können ist ein bisschen komisch aber müssen wir mal ausprobieren wenn das ganze im mai released wird ob das wirklich so funktioniert aber bei den meisten usern wird es definitiv dazu führen dass sie die datei nicht öffnen können und auch nicht wissen wie man das ganze umgehen kann von daher lasst uns abwarten als nächstes kommen wir in dem bereich sharepoint und dort wird daran gearbeitet das erstellen von seiten und news direkt über die linke sharepoint navigation anzupassen wir haben jetzt hier verschiedene bilder die seiten und news posts darstellen und wir zum beispiel auf dem bild ganz links sehen könnt links in der navigation haben wir natürlich dieses kleine plus icon was ganz unten ist wenn wir dort drauf klicken wird uns entsprechend auch vorgeschlagen ein news post zu erstellen eine page eine site wichtig ist wir müssen natürlich auch über die entsprechenden berechtigung verfügen um das nutzen zu können haben wir nicht die berechtigung eine page eine site oder news post zu erstellen werden wir das ganze dort natürlich nicht sehen an für sich eine interessante neuerung aber lasst uns erstmal schauen wie das ganze ausschaut wenn es wirklich live ist gehen wir einmal weiter in dem bereich outlook und hier speziell in die mobile app von outlook denn dort sollen wir zukünftig video nachrichten aufnehmen und dann auch direkt per mail versenden können vom aufbau sieht das ganze aus wie stream und das schöne hierbei ist dass es wirklich komplett nativ in die e mail eingearbeitet ist und dort direkt eingebettet ist so dass wir es versenden können könnte natürlich auch dazu führen dass die e mail eventuell ein ein bisschen größer ist wenn es jemand mit der datei länge übertreibt da müssen wir uns noch mal gedulden wie sich das auch am ende des tages widerspiegelt in der datei größe und auch in der handhabung aber wenn ihr im hinterkopf schon szenarien hättet um das ganze auszuprobieren oder sagt mensch diese funktion habe ich mir schon immer gewünscht jetzt im mai könnte es soweit sein und dann kommen wir auch zur vorletzten neuerung und zuletzt für outlook hier sind wir ebenfalls im bereich mobile app ios und android und diese neuerung könnte jetzt im mai oder im juni auf hinzukommen und das ist eine nachrichtenerinnerung wir sehen jetzt zum beispiel hier oben haben wir die erinnerung das ist in der hauptübersicht und hier haben wir die erinnerungs mail einmal indem wir die e mail geöffnet haben dort werden wir nochmal drüber informiert mensch die hat jemand vor ein paar tagen eine e mail geschickt möchtest du antworten möchtest du nicht antworten nochmal so ein kleiner reminder damit eventuell die ein oder andere e mail nicht untergeht nette kleine funktionen und ich bin mir sicher der ein oder andere wird sich darüber freuen und damit kommen wir auch schon zur letzten neuerung und das ist im bereich microsoft forms denn in microsoft forms soll es im mai möglich sein den personen denen wir eine umfrage senden auch im nachgang noch mal die möglichkeit geben ihre antwort zu bearbeiten das ganze kann aktiviert oder deaktiviert werden ist auf jeden fall eine super funktion die microsoft forms auch noch mal einen schritt näher an die konkurrenz heranbringt in den meisten fällen wird es wahrscheinlich nicht erforderlich sein aber hin und wieder wird es bestimmt auch szenarien geben wo wir den usern auch noch mal die möglichkeit geben möchten das ganze zu bearbeiten wenn sie es schon mal abgesendet haben für alle diejenigen die darauf gewartet haben freut euch jetzt ist es soweit und damit sind wir auch schon durch mit den neuerungen ich hoffe für euch war wieder das ein oder andere dabei und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten update und